Wir sind da, haben das Zeug gestern gebracht, die Bühne auch und jetzt fangen wir gerade an. So, unsere Bühne, wir sind gerade beim Aufbauen extrem hoch und unser letztes Bandmitglied ist gerade eingetroffen und es ist 4.4, aber es passt. Okay, ich eröffne jetzt unser Band. Ja, Louis, was machst du denn gerade? Und Jan, wie fühlst du dich? Das ist ja für mich super, wir haben gerade das Ding da oben hingeschraubt, ja. Weiter geht's, die erste Lichterhänge, da kommen ja Farben rein und es geht gleich weiter. Heute Abend zur harten Metal Night gibt es natürlich auch harte Lichter. Kindergeburtstag! Mannes, komm, was bedrückt dich? Schau mal nach da unten. Oh mein Gott, was ist das da? Kabelsalat. Achso. Ich geh jetzt auf die Bühne. Ich seh nachher gar nichts. Ich seh nachher gar nichts. Ich seh nachher gar nichts. Natürlich. Und die ganze Sache nimmt mal Gestalt an. Also es ist gerade 15.43 Uhr. Schlagzeug ist gekommen. Eigentlich fast alles soweit fast fertig. Also Cash with Blesses ist noch eingetroffen. Philipp lötet noch die letzten Kabel zusammen. Es nimmt langsam Gestalt an. Ja, dann hör auf mit zu fotografieren. Und was denkst du so? Achso. Verstanden. Soundcheck. Ja, und den Röder überfahren auch. Ja, Jan, sing mal was. Ja. Achso. Achso. Ja. 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 Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja! Natürlich kann jeder selber denken, nur Meinungen kann man nicht beschränken. Die Meinung ist eine freie Entscheidung. 19.30 Uhr, es geht los und die Leute stehen schon lange, wo man kennt nichts. Tschüss. Okay, da ist Leute drin. Das wäre jetzt auch kein Problem, wenn die Punkt 21 anfangen, oder? Da hatten wir den Lateinischen Schimpfördern und Co. Nee, Fritt, das war mir. Ich will mich nicht. Natürlich. Die Aufbauten sind so gut, wie fertig. Hat die Pizza gut geschmeckt? Also, jemals nicht geschmeckt, mir hat sie geschmeckt, aber ich hatte auch eine Salami-Pizza. Und du hattest eine? Margarita. Oh, jetzt geht's los. Oh, Schichtwechsel. Hallo Jean. Hallo. Ich habe jetzt ein Interview. Wie geht's dir? Ist ja nicht besser. Wie geht's gut? Wie fandest du die letzte Band? Ging schon ab? Ja, natürlich, auch wenn wir nur zu dreht oder zu viert, vorne waren es. Es war schon geil. Was ich schon immer mal wissen wollte, kann man Bier eigentlich auch aus einem Horn trinken? In ein Horn kommt nur Meht und kein Bier, tut mir leid. Achso. Mann. Nein. Das ist cool. Nikotin rockt. Inrechnung. Äh. Hallo. Gebt dein Hallo, Hallo. Hallo. Gebt dein Hallo, 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 Hallo. Hey, ist aber echt fett. Ja. Hannes, willst du ein Statement zu dem Konzert abgeben? Das war der Satz des Tages. Verrock. Mein Statement, das hat gerockt. Na, keine Kameras, die mich zuhören. Was ist das? Das war der Satz des Tages. Es ist fast die gleiche, nur mit Panasonic unterkennen. Mein Kommentar des Abends. Das war das geilste Konzert von Nikotin. Ey, wenn's denn mit Sonntag... Was warst du zum Abend? War echt saugeil, ey. So, es ist vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es vorbei.